Hallo, mein Name ist Ferdinand Schwinger von Capgemin Engineering Passive Safety Center in Gratkan in Österreich. Es freut mich besonders, dass ich auch in der Post-Covid-Zeit wieder hier sein kann in Würzburg. Wir von Passive Safety Center der Capgemin Engineering sind schon seit 20 Jahren im Bereich der passiven Sicherheit tätig. Wir bieten hier komplette Dienstleistungen im Bereich Entwicklungssimulation, Testing als auch für Prüfstände.